Hallo ihr Lieben, falls es euch interessieren sollte, was mit meinen Nägeln passiert ist, wie ihr in dem letzten vorangegangenen Video gesehen habt, was ich auch gerade erst abgedreht habe, aber ich vielleicht nicht zeitgleichs hochlade, also auf jeden Fall in dem Video, wo es um ein ganz einfaches Outfit geht, da habt ihr zwischenzeitlich meine Nägel gesehen und wer sich gefragt hat, was da an Us ist, der kriegt jetzt die Antwort. Und zwar ist ja im Moment dieser von Essence Better Than J-Nails Hype, der geht ja im Moment umher und da ist mir eingefallen, dass ich sowas auch schon besitze, allerdings nicht von Essence, sondern ich habe das letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Beauty-Messe gekauft, ist aber genau dasselbe Verfahren. Ich zeige euch das mal gerade. Jetzt muss ich es erstmal zumachen, sonst fällt die Hälfte raus. So sieht das aus. French Wrap Manicure. Da sind auch diese French Aufsätze mit dabei, die es in verschiedenen Größen gibt, die man dann den Nagel anpasst. Also man trägt auch einen Base-Sealer auf und danach zwei Top-Sealers und also genau dasselbe Prinzip wie Essence, brauche ich ja eigentlich nicht erklären. Wen es interessiert, von welcher Firma das ist, ich schreibe euch die näheren Infos nochmal in die Infobox rein, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Auf jeden Fall habe ich das wieder ausgekramt, dieses Set und habe damit jetzt auch mal wieder meine Nägel gemacht. Also das ist wirklich nur Naturnagel, nichts mit Tipp gearbeitet oder verlängert, die waren schon in der Länge und ich habe dann lediglich den weißen Rand aufgeklebt, diesen fertigen French Wrap, so heißt das in meinem Set, und dann die Sealer aufgetragen, die aber wie Nagellacke aussehen und auch so aufzutragen sind und auch an der Luft trocknen. Also nicht in ein UV-Lichtgerät müssen. So, naja, jetzt habe ich die schon seit ein paar Tagen, bin im Moment total im French-Hype wieder angekommen. Ich war schon mal da drin und habe mich dann wieder davon distanziert. Ich konnte mich rausretten, aber jetzt hat es mich wieder erwischt. Und deswegen bin ich hingegangen und habe mir auf YouTube sämtliche Gelnägel-Selbstmach-Videos reingezogen förmlich. Also ich habe sie aufgesogen und ja, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen schlauer und ich habe mir natürlich direkt auch mal sämtliche Zutaten, die man zum Gelnägel-Selbermachen braucht, bestellt und werde da demnächst auch vielleicht noch das ein oder andere Video von zeigen. Wenn es euch interessieren sollte, sagt mir Bescheid, dann kümmere ich mich da auch ein bisschen schneller drum, aber ich muss das jetzt selbst erstmal ausprobieren und mal schauen, was dabei rauskommt. Ich werde euch davon berichten. Ja, soviel zu meinen Nägeln. Also ich finde, das sieht schon echt nicht verkehrt aus. Das sieht wirklich sauber aus, ordentlich. Also die Nägel sehen automatisch einfach gepflegter aus und ich bin echt total begeistert davon. Gut, dieser harte Kontrast zu dem Weiß ist eigentlich nicht wirklich natürlich. Ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber ich habe mir ein Camouflage-Gel bestellt, was den Übergang ein bisschen ausgleichen soll. Ich muss das alles mal ausprobieren, mal gucken, was mir dazu noch einfällt. Ihr werdet auf jeden Fall noch weitere Videos von mir sehen. Hoffe ich, dass ihr sie euch auch anschaut. Und wenn euch das gefallen sollte, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich wollte nochmal ein bisschen geprabbelos werden. Ich hoffe, euch hat es wenigstens ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören und zuzugucken. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!